In diesem Video gebe ich dir einen Einblick in das Störungsbild der Trikuspidalklappeninsuffizienz. Die Trikuspidalklappeninsuffizienz, auch als Trikuspidalinsuffizienz bezeichnet, ist in der Medizin die Bezeichnung für eine Undichtigkeit der Trikuspidalklappe des Herzens, die während der Auswurfphase, also der Systole, zu einem Rückfluss von Blut aus der rechten Herzkammer in den rechten Vorhof und die Hohlwehen führt. Leichte Formen der Trikuspidalklappeninsuffizienz werden bei Ultraschalluntersuchungen des Herzens recht häufig entdeckt und sind in der Regel auch harmlos. Schwere Formen erfordern eine genaue Abklärung. Meist ist die Trikuspidalklappeninsuffizienz Folge einer Überdehnung des sogenannten Halteringes, der Trikuspidalklappe oder eines zu hohen Drucks in der rechten Herzkammer. Die Klappe selbst wäre noch ausreichend funktionstüchtig. Dies bezeichnet man dann als sekundäre Klappeninsuffizienz. Eine Trikuspidalinsuffizienz kommt darüber hinaus als einzelner angeborener Herzfehler vor oder tritt in Begleitung anderer angeborener Herzfehler oder auch als Folge von angeborenen Krankheiten des Bindegewebes auf. Zu unterscheiden ist zwischen einer akuten Trikuspidalinsuffizienz, zum Beispiel im Rahmen einer Lungenembolie, und einer chronischen Insuffizienz, zum Beispiel auch im Rahmen einer primären pulmonalen Hypertonie. Die Trikuspidalklappe funktioniert wie ein Ventil zwischen dem rechten Vorhof und dem rechten Ventrikel des Herzens. Sie öffnet sich in der Füllungsphase des Ventrikels, der sogenannten Diastole, und ermöglicht so den Einstrom von Blut aus dem Vorhof. Zu Beginn der Auswurfphase, der Systole, führt der plötzlich ansteigende Druck im Ventrikel zum Schluss der Klappe und damit zu einer Abdichtung des Vorhofs. Auf diese Weise herrscht im Vorhof nur ein Druck von etwa 4 mm Hg, während gleichzeitig im Ventrikel der systolische Druck von etwa 25 mm Hg das Blut auf seinem üblichen Weg die Lungenschlagader, also der Pulmonararterie, treibt. Bei einer leichten Trikuspidalinsuffizienz sind diese physiologischen Vorgänge nur geringfügig verändert. Weder die Größe der Undichtigkeit, die auch als Regurgitationsöffnung bezeichnet wird, noch die Menge des zurückströmenden Blutes erreichen bedeutsame Ausmaße, sodass die Drücke im rechten Vorhof und in den Hohlwehen ebenso normal bleiben wie die Förderleistung des Herzens. Das zurückströmende Blut wird auch als Regurgitationsvolumen, Pendelvolumen oder Rückstromvolumen bezeichnet. Bei der schweren Trikuspidalinsuffizienz hingegen beträgt die Regurgitationsöffnung mehr als 40 mm² und das Regurgitationsvolumen mehr als 60 mm, was zu schwerwiegenden und zum Teil lebensbedrohlichen Veränderungen führen kann. Im akuten Stadium bei normaler Größe von rechtem Ventrikel und rechtem Vorhof kommt es zu einem erheblichen Anstieg des Drucks im Vorhof und damit auch in den Hohlwehen. Dieser kann bis zu 50 mm Hg betragen, was bei einer normalen Beschaffenheit der Hohlwehen zum sofortigen Leberstau und zum venösen Stau in den Halswehen führt. Darüber hinaus kann der dann überwiegende Blutrückstrom eine mangelnde Auswurfleistung in die Lungenschlagader und damit eine Mangeldurchblutung aller Organe nach sich ziehen. Ist das Akutstadium überstanden oder entwickelt sich die Trikuspidalklappeninsuffizienz über einen längeren Zeitraum, so kommt es chronisch zu einer Reihe von Anpassungen bzw. Kompensationsvorgängen am Herzen und an den vorgeschalteten Wehen. Zunächst führt die anhaltende Druck- und Volumenbelastung des Vorhofs zu dessen Vergrößerung, also Dilatation, wobei das Vorhofvolumen innerhalb von Monaten oder Jahren oft auf das Drei- bis Vierfache zunehmen kann. Diese Dilatation mindert im Laufe der Zeit auch den drucksteigernden Effekt des Regurgitationsvolumens in den Hohlwehen und in der Leber. Zusätzlich bewirkt die Volumenbelastung auch eine Vergrößerung des rechten Metrikels, der jetzt mit jedem Herzschlag zusätzlich zur eigentlich benötigten Blutmenge auch das entsprechende Regurgitationsvolumen fördern muss. Diese Dilatation kann zwar einerseits das Schlagvolumen erhöhen, allerdings verändert sich hierdurch auch die Geometrie der Klappe und die Insuffizienz wird verstärkt. Die solitäre angeborene Trikuspidalinsuffizienz ist selten. Meist liegt eine Trikuspidalinsuffizienz im Rahmen kombinierter anderer Herzfehler vor. Häufiger sind die sekundäre Trikuspidalinsuffizienz nach Lungenembolie oder eine Trikuspidalinsuffizienz bei einem pulmonalen Hochdruck. Jede Volumen- oder Druckbelastung des rechten Herzens kann über kurz oder lang zu einer Trikuspidalinsuffizienz führen. Eine bakterielle oder auch eine nicht bakterielle Endokarditis können zu einer Zerstörung oder narbigen Schrumpfung von Klappengewebe und so auch zu einer Trikuspidalinsuffizienz führen. Im Gegensatz zur Endokarditis der Klappen des linken Herzens sind vor allem Menschen mit gehäufter Bakteriamie und Abwehrschwäche anfällig für eine bakterielle Besiedelung der Trikuspidalklappe. Ein Sonderfall ist das Auftreten einer geringen Trikuspidalinsuffizienz nach Einführung einer Elektrode vom rechten Vorhoff in den rechten Ventrikel im Rahmen einer Herzschrittmacherimplantation. Leichtere Formen werden von Betroffenen oft gar nicht bemerkt. Die typischen Symptome der schweren Trikuspidalinsuffizienz sind Beinödeme, Leber- und Halswehenstau. Herzrhythmusstörungen, die bei der Trikuspidalinsuffizienz häufiger auftreten, können sich in Form von Herzstolpern oder Herzrasen bemerkbar machen. Der wichtigste und wegweisende Befund bei der körperlichen Untersuchung ist ein hochfrequentes, bandförmiges systolisches Herzgeräusch, das durch Auskultationen meist über dem epigastrischen Winkel am lautesten zu vernehmen ist. Die Lautstärke des Geräusches ändert sich oft mit der Ein- und Ausatmung. Das Lauterwerden bei tiefer Einatmung wird die Rivero-Cavallo-Zeichen genannt. Daneben können eine Halswehenstauung und Ödeme festgestellt werden. Nicht selten tastet man auch eine vergrößerte Leber und teilweise eine Aszitis, also Wasser im Bauch. Typisch sind bei der Inspektion sichtbare und tastbare Pulsationen der Halswehen und auch die im Epigastrium, also dem Oberbauch, zu sehenden und bei der Palpation tastbaren Leberpulsationen. Bei der Perkussion können die Vergrößerung des rechten Vorhofs durch eine Verbreiterung der Herzdämpfung nach rechts und die Vergrößerung der rechten Herzkammer durch eine Verbreiterung der Dämpfung nach links oben festgestellt werden. Bei Kindern und Jugendlichen unterscheiden sich die Symptome der Erkrankung nicht von den Symptomen im Erwachsenenalter. Bei Kleinkindern und auch im Neugeborenenalter sind die Symptome Entwicklungsverzögerung bzw. Wachstumsstillstand hervorzuheben. Trotz ausreichender Nahrungsaufnahme steigt bei Kindern mit bedeutsamen Trikospidalinsuffizienz das Gewicht nicht an. Auch die erwartete Größenzunahme bleibt aus. Ansonsten korreliert auch bei Kindern der Schweregrad der Klappeninsuffizienz mit dem Schweregrad der Symptomatik. Neben der körperlichen Untersuchung wird heute für die Beurteilung einer Trikospidalinsuffizienz in der Regel nur noch eine Ultraschalluntersuchung des Herzens benötigt. Weitere Untersuchungsverfahren sind nur in speziellen Fällen oder vor einer geplanten Operation zum Ausschluss von Begleiterkrankungen erforderlich. Die Diagnostik der Trikospidalinsuffizienz unterscheidet sich bei Kindern in dem Sinne dann nicht von denen des Erwachsenenalters. Der Verlauf einer Trikospidalinsuffizienz ist außerordentlich variabel und nur selten vorhersehbar. So kann selbst eine schwere Trikospidalinsuffizienz über viele Jahre vollkommen stabil, also unverändert bleiben. Bei leichten Insuffizienzen ist dies sogar die Regel. Dabei wird besonders auf den Schweregrad der Insuffizienz, die Größe und die Pumpfunktion des rechten Ventrikels und auch andere Zeichen einer drohenden Überlastung des Herzens geachtet, um eine bevorstehende Verschlechterung frühzeitig erkennen zu können. Diese sogenannten Verlaufsparameter sind wichtige Anhaltspunkte für eine optimale Planung der Therapie. Grundsätzlich gilt, dass alle Patienten mit einer echten, also nicht nur physiologischen Trikospidalinsuffizienz, ein erhöhtes Risiko tragen, an einer bakteriellen Endokarditis zu erkranken. Bei einer leichten Trikospidalinsuffizienz ist keine Therapie erforderlich. Im Kindesalter sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen mittels Echokardiographie im Abstand von 6 bis 12 Monaten indiziert. Bei einer schweren Trikospidalinsuffizienz mit Zeichen der Herzinsuffizienz richtet sich die Therapie nach den Prinzipien der Herzinsuffizienztherapie. Bei gleichzeitig vorhandenen Herzrhythmusstörungen kann der Einsatz von Antiarrhythmika notwendig sein. In Abhängigkeit von der Größe des rechten Vorhofs kann der Einsatz von Gerinnungshemmern zur Prophylaxe einer Thrombusbildung innerhalb des rechten Vorhofes und der meistgestauten Beinwehen erforderlich sein. Bei der akuten schweren Trikospidalinsuffizienz muss die Behandlung meist auf der Intensivstation erfolgen. Bei Kindern werden die leichten Verlaufsformen der Trikospidalinsuffizienz ebenfalls medikamentös behandelt. Eine operative Therapie der Trikospidalinsuffizienz wird nur selten durchgeführt. Dabei wird entweder eine Rekonstruktion der Klappe vorgenommen oder eine künstliche Herzklappe eingesetzt. Aufgrund des individuell sehr unterschiedlichen Verlaufs der Trikospidalinsuffizienz ist auch die Prognose der Patienten sehr verschieden. Man geht heute davon aus, dass Menschen mit einer leichten Insuffizienz ohne sonstige Herzerkrankung eine normale Lebenserwartung haben. Bei schwerer chronischer Trikospidalinsuffizienz kann es im Rahmen der ständigen Leberstauung zu einer Leberzirrhose kommen. Plötzliche Todesfälle sind bei Patienten mit Trikospidalinsuffizienz eher selten. Als Ursache können jedoch manchmal sekundäre Lungenembolien nachgewiesen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017